Die Zwetschgen Seit Wochen habe ich einen blöden Traum von einer Zwetschgen auf einen Baum. Sie hängt da ganz allein herum. Ich finde keinen Grund und das ist dumm. Was würde die Zwetschgen damit sagen? Beim nächsten Traum werde ich sie fragen. Die liebe Zwetschgen, sagen wir gar, erwartet mich ein Ungemach. Die Zwetschgen bleibt die Antwort schuldig. Schon langsam wäre ich ungeduldig. Zwetschgen, Zwetschgen, da am Baum, erklär mir bitte diesen Traum. Die Zwetschgen hängt nur blöd herum, wach ich dann auf, sauf ich an Rum. Mit der Zwetschgen wäre ich nicht glücklich und der Rum hilft auch nicht wirklich. Ich glaube, ich habe einen Defekt im Hirn, sonst trauen wir die von einer Birn. Eine Birn, die hat gar viele Seiten mit 100 Watt leicht von der Weite. Als Weißbirn kann man's kräftig dreschen und als gemeine Birn sogar essen. Eine Birn, die kann so viel sagen, eine Zwetschgen liegt dann nur im Magen. Vor allem, wenn's da im Traum erscheint und nicht und nicht sagt, was sie damit meint. Sie hängt ganz einsam auf einen Baum und drängt sie täglich in den Traum. Zum Therapeuten wäre ich geh, vielleicht durchschaut der den Zwetschgen schmäh. Mein Therapeuter, alter Hund, der geht der Sache auf den Grund. Mein lieber Herr, ich hab's entdeckt, auf der Lungern ist ein Fleck. Der Fleck beteilt Lungenkrebs ganz arg. Was Sie noch brauchen, ist eine Sorg. Mein Honorar, überweisen Sie mir bitte gleich. Es dauert nicht lang, dann sind Sie leicht. Ich, Trautl, muss zum Doktor geh, jetzt schmeckt mir nicht einmal ein Späh. Jahrelang geht er noch Traum von einer Zwetschgen am Baum. Mit seiner blöden Wahrheit trat mir der Doktor heim. Zum Schluss noch etwas ganz Kurzes, aber Wichtiges. Ein Leberkäs ist als Name einer Schaß. Schmeckend tut er gut, hat aber weder mit Leber oder Käs was am Hut. Das Wort Leber kommt von Lauerl, das Wort Käs vom Schmieren, doch trotzdem kann ich das Wort Leberkäs nicht kapieren. Jetzt gibt's nur ein Käseleberkäs, um die Leute zu verwirren. Ich kaufe mir ein lares Semmel, da kannst du dich nicht ehren. Danke. Hab ich noch viel runtergefahren, fragen mich die Leute. Wohl, ich hab mir noch mal anmeldet, den, der mich aufgezeigelt hat. Jetzt wird es sich 86 in Juni. Von ihr hab ich wohl den Traum zu reden, zu erzählen. Meine Oma kann ihn ganzen Tag gleich reden. Die erzählt Geschichten, auch wenn keiner zuhört. Redt Ella immer das Gleiche, haltest du ja nicht aus, sagen die anderen. Ich hab einmal bei einer Familienfeier am Tisch gesagt, die Oma erzählt mir zweimal dieselbe Geschichte. Wenn du zuerst merkst, sie ist immer ein bisschen anders. Aber sie hat mir nicht geglaubt. Hab mich angeschaut, als würde sie einen Schuss hätten. Hat keiner ausprobiert, ob ich recht hab. Hört keiner zu. Bis heute nicht. Ich glaub, dass aus meiner Oma eine Romanschriftstellerin hätt werden können. Aber die Möglichkeit war nicht da. Es war ja gekriegt. Hat der Hitler gesagt, alle Kräfte in der Landwirtschaft mobilisieren. Das hat gehoßen, dass leider die Kinder von den Großen bauen, haben in die Hauptschule oder aufs Gymnasium gehen können. Die Kinder von den Kleinen bauen, haben leider die Fußschule machen dürfen. Und nachher daheim helfen. So war das damals. Und nach dem Krieg sind ja eh schon die Kinder gekommen. Sieberne hat sie gehabt, meine Oma. Mein, das älteste Enkeli, hat sie als das Ochti aufgezirgelt. So oft bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen. Bei Leuten, die was noch aus einer anderen Zeit gekommen. Mein Großvater war wohl schon in Pension, aber eine kleine Landwirtschaft haben sie wohl noch geführt. Lein meine Oerkuh, eine Hörner, ein paar Sau und einen Ocker, wo sie noch eine Arbieren und Gemüse angebaut haben. Das Brot haben wir auch daheim gebochen. Hat mir nichts geschaut, war ein Scherz aufgewachsen, solange das ich klein war. Ein Scherzplatzli auch noch, hier schlepp ein Wald zu. Musst dir vorstellen, meine Oma war mit dem fünften Kind schwanger, wie er erst das Haus elektrifiziert worden ist. Hat der Nachbar nichts lassen, müssen die Leitung über seinen Ocker legen. Das hat erst sein Gericht gehen müssen, dass der haben die Strommasten aufstellen können. Jetzt musst du dir vorstellen, wie die klebt haben. Du stehst auf, wann die Sonne dein Fenster einerscheint, oder früher, vor allem im Winter früher, und wenn es finster wird, gehst du bald schlafen. Bei solchen Leuten, die was das gequennt worden, bin ich aufgewachsen, bis dass ich zwölf war. Nachher bin ich in die Stadt gekommen, nach Wolfsberg auf. Aber mit 15 bin ich wieder zurück zu meiner Oma, weil mir bei meiner Mama und ihrem Freund nicht so gut gegangen ist. Aber das hat nachher bei der Oma auch näher mir so gepasst. Sie hat das nicht wollen verstehen, dass ich das brauch, dass ich fortgehe am Samstag. Sie hat nicht wollen verstehen, wieso ich auf die Nacht lang aufbleibe und am nächsten Tag lang schlafe. Sie hat nicht wollen verstehen, wieso ich so laut Musik höre und so einen damischen Krawall, wie sie meine liebsten Punkrock und Mecklebands genannt hat, noch dazu. Dann habe ich auch noch geracht, da hat sie mich auch erwischt. Aber was das Schlimmste war, waren meine Haare. Ich habe drei Glocken gehabt, und die waren mir wichtig. Und rot gefärbt waren sie auch noch dazu. Das hat meine Oma nicht vertragen. Jeden Tag hat sie geschimpft. Und einmal, da bin ich im Bett gelegen, da bin ich aufgewacht, weil mich was am Schädel gezupft hat. Mach ich die Augen auf, steht meine Oma mit der Schaue neben dem Bett. Wollte sie mir die Haare abschneiden, da weil die sie geschlafen haben. Aber sie hat die große alte Papierschaue von Opa erwischt. Die hat nichts mehr geschnitten. Und meine Tretlocks waren stark. Ist sie leider nichts durchgekommen mit der Schaue. Ein paar Monate später, da war ich nachher schon 16, bin ich nachher nach Wien abgekaut. Ja, so bin ich da hingekommen. Und wenn es dich interessiert, lieber Chief, und wenn es eng interessiert, erzähle ich es nächste Mal, dann werde ich mit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.